Unser kleiner Rundgang durch Goslar beginnt an der romanischen Kaiserpfalz, die ihren Ursprung im 11. Jahrhundert hat. Unter Kaiser Heinrich III., auch Heinrich der Löwe genannt, wurde Goslar zum Zentrum des Reiches gemacht. Besonders imposant ist der große Reichs- und Kaisersaal mit seinen monumentalen Wandmalereien, die zwischen 1879 und 1896 angelegt wurden und wichtige Ereignisse der deutschen Geschichte darstellen. Dieses Bild zeigt die Wiedererstehung des Deutschen Reiches. Die Rückkehr Heinrichs III., 1047 Der Fußfall Barbarossa vor Heinrich dem Löwen Luther auf dem Reichstag zu Worms, 1521 Die Schlacht von Iconium Das Erwachen von Barbarossa Die Krönung Heinrichs II. in Rom Am Südende der Pfalz befindet sich das Grabdenkmal Heinrich des Löwen, das in einer vergollneten Kapsel das Herz des Kaisers birgt. Im unteren Bereich der Kaiserpfalz steht der Thron von Heinrich den Löwen. Ferner befinden sich hier viele Ausstellungsstücke des Domes, der vor der Pfalz stand und 1819 abgerissen wurde. Der Pfalz steht der Pfalz steht der Pfalz. in Rom Wir verlassen die Kaiserpfalz. Werfen noch einen Blick in die Domhalle und gehen dann in die tausendjährige Kaiser- und Reichsstadt Goslar. In den Gassen befinden sich viele interessante Bauten, wie das Stift Großes Heiliges Kreuz. Musik 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 Von den vielen Kirchen der Stadt ist die romanische Marktkirche interessant. Musik Sie hat eine schlichte Ausstattung. Die Kanzel und der Altar sind wunderbare Holzschnitzarbeiten. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Eines der schönsten Gildehäuser ist die Kaiserfurt von 1494 am Marktplatz. Das spätgotische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert besitzt einen besonders sehenswerten Huldigungssaal. Leider ist eine Besichtigung nicht möglich. Dafür ist der Blick von der Freitreppe auf Goslers Mittelpunkt, den historischen Marktplatz, besonders schön. Den Marktplatzbrunnen ziert der Goldene Reichsadler. In den Gassen um dem Marktplatz befinden sich viele mit Trapezfriesen geschmückte Fachwerkhäuser. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Am Hausbrusttuch endet unsere kleine Reise durch den Harz. Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank.